Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Bilder in der Geschichte, die mehr ausgesagt haben als Worte es je fassen können. Dazu gehört beispielsweise das junge von Napalm, zerfetzte Mädchen in Vietnam, die Mutter, die am Zaun der Prager Botschaft steht und sich von ihrer Tochter verabschiedet, weil sie nicht über den Zaun kommen kann. Das waren Aufforderungen an die Politik, so etwas darf sich nicht wiederholen, das wollen wir nicht wiedersehen. Es gab ein Bild in Chemnitz, wo grölende Neonazis mit Hitlergruß und nationalizischen Parolen durch die Gegend gelaufen sind und wir über die Anzahl gar nicht diskutieren, ob das Hunderte oder Tausende waren, die uns auch mahnen, dass wir solche Bilder nicht wiedersehen wollen. Ich finde, Herr Gauland, dass die AfD eine besondere Verantwortung hat, und zwar deshalb, weil die AfD den Resonanzboden dafür abgegeben hat, dass solche Leute glaubten, sich öffentlich so präsentieren zu dürfen. Sie haben zu einem Trauermarsch aufgerufen, und in Wahrheit ging es Ihnen gar nicht um das Opfer. Es ging Ihnen nicht um das Opfer, es ging Ihnen darum, dass Täter ausländischer Herkunft dieses Opfer produziert haben. Es ging Ihnen um die Täter und nicht um die Opfer. Das war der Inhalt der Botschaft, die Sie senden wollten. Ein Deutscher ist von Ausländern getötet worden. Und ich erinnere daran, viele in Ihrer Partei haben keine Geschichtskenntnisse. Sie haben sie, ich weiß das, wir haben darüber diskutiert. Dass am 9. November 1938 die Nazis damals ihr Reisporum nach Dampen gegründet hatten, dass ein Deutscher in Paris von einem Ausländer, von einem Juden erschossen worden sei. Deshalb ist mein Appell an Sie, beachten Sie die Geschichte und passen Sie auf, was Sie tun. Denn Sie untergraben mit dem, was Sie tun, momentan wesentliche Grundlagen unseres Gemeinwesens. Damit sage ich nicht, dass Sie an den Ausschreitungen schuld sind. Damit sage ich nur, dass Sie eine besondere Verantwortung haben, der Sie sich gerecht erweisen müssen, wenn Sie im politischen Diskurs mit uns noch weiter, es ist kein Vergleich mit einer Nazizeiter, Braun, es tut mir leid, wenn Sie das nicht begreifen. Wenn Sie das nicht begreifen, tut es mir leid. Es ist der Hinweis auf Ihre besondere Verantwortung, der Sie bisher nicht gerecht geworden sind. Und als sei das nicht genug, dass wir uns insgesamt mit der Frage beschäftigen, wie wir diesen rechtsradikalen Pöbel wieder zurückbringen können, leisten wir uns eine Debatte über die Frage, was denn eine Hetzjagd ist. Weil es doch völlig egal ist, ob jemand drei, fünf, zehn, zwanzig Meter laufen muss, ob es eine oder mehrere sind. Denn es gibt Bilder, es gibt Bilder, die wir nicht sehen wollen. Und bevor meine sozialdemokratischen Freunde zu euphorisch klatschen, ich habe einige der anschließenden Verhaltensweisen bis heute nicht verstanden. Ich verstehe, dass die auseinanderfallende Sozialdemokratie als Klammer immer den Kampf gegen Rechts hat. Verstehe ich gut. Aber dass man deshalb besonders schrill sein muss, verstehe ich nicht. Man kann über Herrn Maaßen diskutieren, wie man will. Er hat viele Anlässe gebeten, ihn zu entlassen. Ja, das ist wahr. Und das Gute ist, dass man gar keine Begründung braucht für die Entlassung eines politischen Behauptens. Das geht einfach so. Man kann ihn in ein, zwei Ruhestand versetzen. Und das muss der Dienstherr entscheiden. Aber dass die Kausa Maaßen so aufkloppen konnte, wie sie aufgekloppt ist, zeigt mir, dass der politischen Spitze der SPD der Instinkt verloren gegangen ist, was sie ja selbst eingestanden hat. Das war ja nicht. Was sie ja selbst eingestanden hat. Drei, Moment, Moment. Drei Parteifurzel treffen sich, muss man sagen, die Dilettantentruppe war unter sich, treffen sich, um die Kausa Maaßen zu erörtern. Andrea Nahles fordert die Entlassung von Herrn Maaßen. Und alle drei einigen sich darauf, dass er nicht nur entlassen wird, sondern befördert wird im Ministerium als Staatssekretär. Ohne Zustimmung von Andrea Nahles an diesem Dienstherr hätte es gar nicht zu einer solchen Lösung kommen können. Wer alles andere erzählt, verdummt die Bevölkerung. Und jetzt geht es weiter. Nun merken alle drei, dass die Bevölkerung, nicht nur die SPD-Mitglieder, die Bevölkerung auf der Zinne ist, weil sie das nicht mehr verstehen kann, einem Mann, von dem man sagt, man habe kein Vertrauen zu ihm, anschließend noch zu befördern. Und die Einkehr ist dann, man trifft sich erneut. Und da will ich mal sagen, Horst Seehofer hat ja letzte Woche schon, Freitag, vor dem Sonntag, erklärt, dass er seinen dritten Vorschlag gegeben habe, nämlich den Herrn Maaßen als Sonderbeauftragten ins Innenministerium zu holen, und der sei von Andrea Nahles abgelehnt worden, nachzulesen in der Bild-Zeitung vom Samstag, den 22. Es geht ja weiter. Mensch, ich bin ja so froh, dass ihr euch immer einmischt. Dann treffen die 30 und kommen jetzt zu dieser Lösung, die Horst Seehofer bereits in der Bild-Zeitung veröffentlicht hat. Und er sagt am selben Tag, ich verstehe gar nicht die ganze Aufregung, das habe ich dir schon mal vorgeschlagen, Nahles sei dagegen gewesen. Was sagt die SPD? Ein solcher Vorschlag habe nie auf dem Tisch gelegt. Es habe nur zwei gegeben. Und am Dienstag kommt mein besonderer Freund Ralf Stegner, und der klärt in der Taz, alles völliger Quatsch, dieser Vorschlag kommt von Andrea Nahles. Der habe schon Dienstag auf dem Tisch gelegen. Nur die anderen beiden waren dagegen. Merkel und Seehofer seien dagegen gewesen. Ihr müsst euch mal entscheiden, liebe Sozialdemokraten, was denn nun richtig ist. Die Wirklichkeit, sie zu schnutzen, je nachdem, welche Zielgruppe angesprochen werden soll, ist auch keine richtige Herangehensweise. Liebe Freunde, was wir machen müssen, und das sage ich auch noch mal in allem Ernst, ist, dass wir bei unserem Kampf gegen Rechts nicht glauben, Haltung alleine seine Problemlösung ist. Wir müssen den Rechten argumentativ den Boden entziehen. Und das ist unsere Aufgabe, die Menschen zu überzeugen. Insofern bin ich froh, dass Herr Brinkhaus, der neue Fraktionsvorsitzende der CDU, der mit dem System Merkel-Konflikte aussitzen, statt auszutragen, aufhören will, gesagt hat, wir müssen auf die Menschen zugehen, die von den demokratischen Parteien sich im Wahlverhalten abgewandt haben. Nicht den Rechten nachlaufen, sondern mit den anderen zu argumentieren. Das ist unsere Aufgabe als Demokraten, möglichst viele Menschen zurückzubringen in den demokratischen Diskurs. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfgang Kivicki. Nächster Redner, Uli Grötsch für die SPD-Fraktion.